hier war es ja beide trakte rote oberteile kann das position machen ich dachte anfangs tragen die alle drei aber dann naja dann warst du kein gang mehr naja aber wir tragen nur rot damit man das blut nicht so sieht das ist wie ein deadpool was dazu verstanden ja er war auch eine braune hose klar direkt hunde nebenan alter und nebel ach wir haben auch noch auch noch den meuchler wir können auch einfach hinweise fahren und haben raus ja wir könnten über hemlock und dann wenn die kann sein kann hinter dem zaun stehen bekommen ganz genüsslich an dem zoo noch mal welche hat jemanden ja was angeht raus oh leute ich hab packesel ich mein das wusste ich hab dynamit und kars bombe von vorher nichts ja soll man dann trotzdem raus oder soll man weitermachen die runde sie und auch ja Vögel? Ja Vögel 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 an der Wand Vögel 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 Ja, in unserer kleinen Kiste Ich hab ein Stacheldraht stacheldraht dann tatsächlich eher hier und hier an die ist zu mit einem balken hier ja die ist schon versorgt keine sorge da dürfen die leute müssen herumlaufen kriegen die aber auch erst später mit also entweder müssen die klaus an die tür oder jäger am süden nee gar nicht westen ich nehme die schroti raus ja der blinkt hinter mir Krautsteiner die sind weiter südwestlich das steckt aber noch aus macht jetzt bitte keine Geräusche gucken wir hier auf der Seite angesehen schieß erst wenn sie reinkommen wollen schieß dann wenn ich treffen kann das ist aber nicht immer richtig wenn der den draußen erschießt so dass wir den nicht direkt sehen hier an der Tür da ist noch zehn Meter davon entfernt zwei Leute links kommen wir jetzt ein ist jetzt an der Tür ja der piekt da durch ich habe die Mündung gesehen ich habe die Mündung gesehen da hinten am Hinweis steht einer ja mhm einmal getroffen zweimal getroffen jawoll ja ich sehe den perfekt ich wusste dass sie da einmal getroffen ja ja hab ich dich erschossen weiß ich nicht ne der totbolzen am das passt auf der ist schön der hat Füße rechtsbesuch 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 immer noch ja das passt auf alle auf ja danke alter demo fand links ich habe ein Bajonett drauf ich kann den nicht machen kurze Waffen ich kann den machen das dauert nur Oh nein, der Staffeldraht. Ja dann. Irgendwo da. Nicht an mich ran, nicht an mich ran. Hat irgendeiner von euch? Fuck ja. Kann nur einmal genug werden. Dann mach die erstmal. Ich hab gepennt. Alles gut. Den hab ich schon. Wo ist denn der andere? Ach da ist der. So, der kann. Der kann auch. Gab's gute Waffen, ja? Ich hab getauscht, ja. Was hast du denn genommen? Label. Aber mit Skin. Das ist wahr. Nein. Das wollte ich nicht. So, ein Trupp ist raus, ein Trupp ist oben am Verband. Der andere Trupp, der noch offen ist, ist höchstwahrscheinlich bei denen im Gebiet. Ja. Ach, wir haben den scheiß Hinweis noch gar nicht genommen, ne? Ja, gib ihm. Ja, gib ihm. Können wir jetzt machen, ja. Geben wir jetzt safe gesnifft, ja. Weiß. Sind 50 Dollar extra, alter. Sollen wir kloppen oder sollen wir warten? Beides. Beides. Also wir kriegen ja mit, wenn der Krach ist. Oder? Weil gewiss ja. Ach komm, wir gehen das Risiko ein. Reinbar. Mach! 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 Oh, das war's. Au. Hier ist Heilung, wenn jemand tauchst, nehmen wir jetzt schon einmal an. Ja. Hätte der. Hätte der. Nein. Hätte der. aber direkt verbannen ja bitte hier nebenan gibt es kompakt da gegenüber gab es auch mittlere an dem hinweis irgendwo hier draußen steht ein explosionsfass da muss man aufpassen direkt auf dem balkon quasi hier ist noch mal kompakt mittler und so kann sich aufnehmen ist das lange soja schon für bellen ist lang hier ist eine große kiste ich glaube die habe ich schon nee nee die ist noch nicht angekratzt hier ist ein feuer fass wo ist die kiste da da hier 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 ja und dann über wenn die runde raus war ja sowas war sind übrigens noch da nur im südlichen ende vielleicht haben wir doch ein belagerer team wäre wünschen zu hören ja er hat geschossen das war ich glaub ich hab düden südwest na glaub ich aber nicht die haben da oben ja besucht das war ja dann das letzte team da und ja 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 ich habe mich da nichts eingeschissen ich habe mich da nichts eingeschissen aber der plan einer normal ja jetzt dann gehen wir raus ja wir können über das gefängnis gehen hier ist keiner mehr nehmt euch ich danach auch zwei sachen gekriegt schwach aus der spritz und dynamit bündel ich spritze nicht quitter und ein immo ja er lebt noch oder eben noch zwei au dickes ei da vorne ist heilung und hier ist noch ein immo heilung ist gut warum ist die immo getriggert alter dein fick dich doch alter hast du die immo verschießen ja ja minus erschießen nur so jobs davon wo sind die die sind beim ausgehangen ok nice macht mal einer von euch im dick bitte nur schutz ich habe es und ich habe es vor gut ja heim was ist das doch ich finde einmal witzig das ist gut ja das ist gut ja das ist gut ja ich gehe mal da ans gebüsch ich gucke mal was du hast du hast du wo wieso du hast du Hier ist lange Munition. Sohn aufgeschnitten. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ha! Die Gasbombe gerade noch mal da-da-dam! Ich habe erstmal für eine Millisekunde gedacht, das wäre noch was anderes. Ja. Ne, ich habe eine Gasbombe gebrochen. Wo ich dann kein Leben mehr abgezogen bekommen habe, habe ich mir halt auch gedacht. Ja, weil keiner geschrien hat. Das stimmt. Hättest du die Musinen auf Dummert abgekriegt, dann hättest du glaube ich nicht mehr so viel geschrien. Obwohl einmal noch, ja. Der wird 20, nein, das geht doch. Der wird 32. Sehr geil. Die Modifizierung hast du dir verdient. Boah, aber die Waffen tausch ich aus, wahr? Die sind ja mega-Aids, ey. Echt Kanalisierung? Oh, das brauche ich so selten, ne? Wir wollen nach wie查.